ja und damit hallo und herzlich willkommen zu die musik aufmachen alle sind weg alle sind ausgezogen jetzt müssen wir karten herstellen aber ich weiß immer noch nicht so richtig wie funktioniert mit ziel war das doch okay das stimmt doch nicht geht immer wieder irgendwie ist mein handy gerade mein handy geht nicht rein ich muss das aber leider sehen können unter schubs möchte aber jetzt gar keine vergütigung wie in ja aber wie kann ich denn kann ich dir jetzt diese blöde karte hier machen ich möchte aber gerne mit t geht es nicht karte schließen ich verstehe das nicht muss ich erst auf 3 gehen und dann auf c ja aber wie platziere eine ebene bald ja wie geht das stelle ich mich gerade wieder blöd an ja wahrscheinlich finden das lage der überlebenden ja dafür müsste ich aber eine karte platzieren aber das kann ich nicht warum macht er das denn was ist denn hier los ich da irgendwas zwischen ein bisschen nervig gerade so ok ich weiß aber nicht wie ich eine karte platzieren soll sie geht das nicht ich kann da keine ok das ist irgendwie noch ein bisschen irritieren ja kann ich aber nicht machen wenn ich nicht weiß wie ich das machen soll ich habe es ja freigeschaltet alles klar geistige gesundheit erschöpfung also ich muss erst die andere erkundschaften aber jetzt fiete die nur muss ich hier die ecken abwandern bei der maikos die ecken ab gucken ob das es bringt ja anscheinend bringt das nix das scheint sich auch nicht wirklich zu bewegen oder bewegt sich das hier ist alles ein bisschen grau da muss ich hier noch was erkundschaften aber wir haben doch da jetzt alles erkundschaftet wir haben doch alles erkundschaftet was willst du denn von mir ja doch erschöpfung muss sich alles ablaufen alles klar wir wollen gerne eben wald um mein zuflucht zu verbessern sollte ich den wald noch mehr ressourcen suchen ok ressourcen sammeln also wenn man das sammelt kann man das also entdecken ok aber das zeltlager finden wieso nicht das sind das hier ist aber kurz wie die nase putzen bären sind auf jeden fall immer wichtig so wie davon noch mein kuss ein paar bärchen wir haben hunger ja dann haben wir doch ein paar bärchen da ne haben wir jetzt irgendwo ein lager könnten wir vielleicht noch mal irgendwo was freischalten das ist eigentlich nichts gemacht das spiel steine alles klar dann können wir mit der 2 vielleicht können wir das auch schon im neuen gebiet machen dann können wir da vielleicht eine klemme freischalten ich weiß gar nicht wie kriegen wir denn den honig müssen wir da einfach den baum fällen oder müssen wir sammeln dann müssen wir aber noch mal ein bisschen betäuben sonst wird das glaube ich das ist schwierig ja ich weiß die spitzhacke verbessert sehr schön steine 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 da kommen hier noch ein paar ich will hier jetzt mal i drücken deswegen verschiebt sich das immer alles so alles klar jetzt haben wir zwar zwei davon aber gut wir brauchen ja sowieso immer essen sollte das gar kein problem sein dass wir das hier haben ein paar bärchen essen noch wir haben wir auch ein bisschen lust also dunkel dämmerung und nacht es dämmert das bedeutet dass die nacht nahe ist wenn du nicht bereit bist in die wildnis in der wildnis gegen alle möglichen gefahren zu kämpfen solltest du zu den unterbruch zurückgehen oder die eine bauen es ist außerdem ratsam vor einbruch der nacht eine lichtquelle und genügend toll zu haben um sie zu befeuern ein lagerfeuer es ist sehr dunkel wir brauchen eine feuerstelle damit ich licht habe und etwas essen kochen kann zubereite malzeiten nahrhafter und die für nützliche was das heißt wir müssen hier einmal ran wir müssen ein lagerfeuer bauen wir brauchen holz natürlich brauchen wir holz aber dann bin ich das da alles andere gibt es nicht so können wir uns den baum mit Oh, ja, nice Federn Wie können wir denn da aber da die Dings wegmachen? Wie können wir das denn machen? Wir können uns auf jeden Fall erstmal ein Lagerfeuer bauen Dann können wir hier die Karte machen Sehr schön So Hier können wir das erstmal schließen So, wir haben jetzt ein Lagerfeuer Was wir hier nicht reinmachen können Aber vor die Tür können wir das dann setzen So, öffnen Zack, Holzprint So So Alles klar Dann kann ich mir mal kurz schnell meine Nase putzen Yeah, neuer Morgen Super Umblick mal kurz Nase putzen Ohne Nase tut mir weh So Es ist Tag Wasersuche Ich werde wirklich dürstig Hier muss in der Nähe ein See sein, an dem ich mein Durst stellen kann Finde den See, ich stelle den Durst Hier war noch gar kein See 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 Oder ist jetzt hier neuerdings ein See gespawnt oder sowas Eine Blaubeerschale soll mitzubereiten Okay, also See haben wir jetzt noch nicht gefunden Aber wir haben Durst Bereite eine Blaubeerschale vor Am Feuern kochen Am Feuern kochen Wir wollen Kochen Also so geht's Eine Mahlzeit Wir haben Durst Aber wir müssen erst mal kurz mit Yay, aber da ist auch gar kein See Neue Sweatschir Oh, warte Dann können wir erst mal kurz gucken Was wir dafür brauchen Jetzt können wir ja vielleicht sogar Den nächsten Abschnitt gleich machen Verbessern den Werkbaum Wenn ich meine Werkbaum verbessere Dann kann ich komplexere Dinge herstellen Jede Stufe benötigt spezielle Ressourcen zum Aufwerten Okay Neutes Wertenstück Lage der Überlebenden Vier Steine, vier Holz Sehr schön So Ein Stück haben wir jetzt gemacht Pizzasperetti Pflanzenfasern und Bienenwachs Ja, ich weiß aber nicht Wie viel Bienenwachs herstellen können Pyrks auswählen Bettstände schärfen Deine Waffen Dein Nahtkampfstand erhöht sich um drei Hausbetten sind weicher Maximal Müdung Maximale Geistig Gesundheit Um fünf Das nehmen wir Basteln Alles klar Ach so Die nächste haben wir noch gar nicht Haben wir noch gar nicht freigeschaltet Müssen wir also mal kurz gucken Dann muss ich gleich mal ein kurzes Essen bestellen Dann machen wir gleich mal eine kurze Pause Aber hier ist leider kack am Wasser Wieder nicht Und es wird wieder dunkel Tür zu Emi Ich bin am aufnehmen Warte doch Ja, ich warte nicht Bereite blaue Entscheide Aber das haben wir doch schon Hunger tustig Achso Das steigt noch die ganze Zeit Ja, gut Dann holen wir uns mal kurz ein bisschen Holz Holz, 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 Holz Und hier sind überall Bienen Nester dran Aber ich weiß nicht, wie ich die Achso Besser Und zwölf Und da siehst du Dann kriegen wir gleich wieder Neues Haben wir den Heimwald ungenäht Warte mal Wenn ich den jetzt nach da empfälle So Ja Okay, das geht anscheinend doch nicht Nicht so wie ich mir das gedacht hab Das Lager Neues Welt ein Stück Nice Glauben wir uns haben Den Finder ein See Ja Müssen wir mal gucken Der hat mich jetzt auch da im Bienenest Okay Was ist das Eine Öllampe Nice Mäusen Steine Auch nice Nehmen wir auch alles mit Und Schlüssel Warum haben wir hier nicht über Schlüssel Lampen Gar kein Thema Schlüssel Ja 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 Ich komme gleich zu euch Gar kein Problem Machen wir alles Öffnen So Neun Schüsse gefunden Wofür? Hm Guten Tag Freunde Wie hast du uns hier draußen Im Nirvana gefunden? Ich und mein Bruder Quack Sind schon seit Tagen hier draußen Und können nicht nach Hause gehen Sam Brown Okay Fragen was passiert ist Was ist mit euch passiert? Wir haben vor der Nacht Die Flammen In Cosmic Creek Gelebt Bei unserer Flucht Haben wir den Großteil Unsere Vorräte verloren Erzählen wir mehr Über Cosmic Cosmic Ist eine große Stadt Und war eins Das Herz unseres Sanders Vor dieser Nacht Haben dort viele Menschen gelebt Seit dieser schrecklichen Seit diesen schrecklichen Dinge Passiert sind Ist Gott Fast verlassen Dieses Lager voll Und haben vor Vorräte Sind alles was wir zwischen uns Und den Grab steht Und wir haben gerade alle Vorräte mitgenommen Ja Heiß Vielleicht ist es etwas zu viel verlangt Aber wir haben Angst davor Dorthin zurückzugeben Meinst du Kannst du unsere Vorräte zurückholen? Klar Kriegen wir alles hin Na gut Ich kann euch helfen Euren Vorrat zurückzubekommen Oh vielen Dank Wir werden hier auf deine Rückkehr warten Ja Ich sollte Sam und Greg Brown helfen Um mir zu merken Ist das eine Frau oder was? Äh Vorräte in der Brücke zu holen Ja Seid gegrüßt Reisende Mein Name ist Flora Als die Bone Brothers ihre Karawane packten Sah ich meine Chance Auf der Flucht Greenstone etwas Gesellschaft zu bekommen In meiner Heimatstadt Kost Creek Verdiene ich mir mit Den Lebensunterhalt Mit der Arbeit für Lokalblatt Aber jetzt Ist der Verkauf Einige meiner alten Sachen Als die Möglichkeit Etwas Geld zu verdienen Lass mich die Waren sehen Ah Okay Wir haben also eine Händlerin Oh Wie hübsch sie ist Sie sind beide sowieso hübsch Sie brauchen Holz Ja Aber ich verkaufe gerade nichts Ich kann hier meine Klamotten die ich anhabe verkaufen Okay Ist der Dunkel Ich muss zu Hause Tschüss viel spaß da draußen was ist denn wenn wir den in die richtung fällen knapp daneben ist auch vorbei aber wenn wir da rankommen dann würden wir gleich angegriffen also vorher anzünden so können wir jetzt haben jetzt eine neue karte hier ja danke zwei feuersteine wo kriegt man ein feuersteine her okay also hoffenweise steine hier ist sie alles klar dafür brauchen wir aber steine dann gucken wir mal ein paar steine bevor es dunkel wird ja 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 wir können steine haugen nach steine 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 und noch mehr steine steine sind gut also das war gar nicht warum hat das da gerade geleuchtet müssen wir die nacht wir haben irgendwas mit umgerissen deswegen das noch mehr so dann gucken wir mal dass wir uns das see haben weil das hier auf jeden fall vier von vier steine hier brauchen wir auch noch steine aber wir müssen das auf jeden fall machen aber dafür müssen wir erst mal eben noch weiter kunden noch mehr steine okay ich kann also überall was abkloppen und dann wird das schon wir brauchen sowieso stein also stellen müssen wir so dass wir sammeln das ist sehr schön ein bisschen versagt neue ebene sehr schön ich glaube so noch den stein und dann spitzhacke level 10 nice okay ein stein und vollstein also das war die kiefer alles klar da können wir mal eben kurz gucken drei feuersteinen die können wir jetzt freischalten neues welten stück entdeckt ja warum schön jetzt kann die musik so nix auf damit das war diese folge wir sehen uns denn in der nächsten tschüss